Ja, heute sind wir bei paintball.de. Wir haben so Insider-Informationen bekommen und hier ist gerade eine Verladung vor Ort und wir versuchen uns einfach mal reinzuschleichen. Schauen wir einfach mal, ob wir irgendwas entdecken, oder? Ja, genau. Und ja, es ist kalt, aber gehen wir mal rein, weil zufälligerweise ist beim Verladen auch immer das Tor offen. Schauen wir doch einfach mal. Ja, wir müssen uns aber beeilen, nicht, dass wir entdeckt werden. Genau. Also schauen wir mal, was wir darin entdecken können. Komm, 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 geh du vor, schnell. Okay. Komm rein, komm, komm rein. Aha. Was lager? Die heiligen Hallen von paintball.de. Cool. Stapler. Ja, riecht nach Arbeit. Ja. Da ist einer. Ja, komm, 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 komm. Komm, hier rüber, hier rüber. Ja? Was ist das? Ich glaube, das ist ein Knäppchen drin. Vielleicht kann man da was entdecken. Warte mal. Ja, Tatsache, krass. Warte mal. Was? Die Tür ist offen. Was? Die ist offen? Die Tür ist offen. Pssst. Ah, leise. Komm, rein. Leise zu. Ganz unauffällig. Pssst. Krass. Wenn das nicht der Himmel für jeden Paintballer ist. Alter, guck dir das mal an. E-Tags. E-Tags. Ohne Ende. Was ist das denn? Wie geil. Was haben wir hier? Das sind Egos. Egos. Hier ist eine Eta. E-Gos. Ein paar Omegas von Empire. E-Tags. Hm. Hm. Ah, die ist aber cool, oder? Ja. Es sind noch ein paar andere Designs dabei, oder? Ja. Was ist das denn? Was ist das denn? Cool. Jackpot. Oh, yeah. Ich glaube, da haben wir was sehr Spannendes gefunden. Warte mal, ich soll mal ran, ich soll mal ran. Ja. Das ist die neue, oder? Scheint eine neue Ego zu sein. Uh, fucking awesome. Scheiße, ich glaube, da kommt jemand. Weißt du? Pssst. 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 Also, Frank hinter der Kamera. Und wir befinden uns in den heiligen Hallen von Paintball.de. Und wir möchten euch heute ein ganz besonderes Schätzchen zeigen. Und zwar die neue Planet Eclipse Ego LV1 oder zu deutsch LV1. Viele fragen sich jetzt, hä, LV1, LV1, warum nicht Ego13? Das ist ganz einfach erklärt. Planet Eclipse hat mit der neuen Ego ein Relaunch gestartet, deshalb LV1. Vorab, wir können die Ego jetzt leider nicht genau ins Detail auseinandernehmen, das werden wir dann nachholen, wenn sie da ist, aber schaut euch doch erstmal an, was sich visuell getan hat und dann sagen wir ganz kurz, was denn überhaupt neu ist an der Ego. Ja, fangen wir erstmal mit dem Pops an. Das ist das bekannte Pops, wie man es auch schon von der Ego11 kennt, nur halt ohne Makro-Line. Und wenn ihr mal guckt, ist das nicht göttlich. Das ist schon mal, hat sich geneuert, ein neues Pops. Dann, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich würde mal sagen, eine Hybrid-Lösung in der Luftführung. Und zwar seht ihr, dass die Ego hier jetzt einen kleinen Steg bekommen hat am Trigger-Guard. Und zwar hat sich da PE was ganz Tolles ausgedacht. Anstatt die Luft komplett durch den ganzen Frame laufen zu lassen, haben sie sich etwas kürzer oder haben sie den Weg kürzer gemacht und die Luft geht vom Acer in den Trigger-Guard über den Steg in den Regulator. Ihr denkt euch jetzt ja, was bringt das? Hättet ihr ja trotzdem über den Frame gehen können. Ganz einfach. Ihr habt das Handling eines Markierers ohne Makro-Line, behaltet aber trotzdem die Vorteile eines Markierers mit Makro-Line, weil es macht das Ganze einfach wartungsfreundlicher, weil ihr könnt einfach mit Luft sogar, könnt ihr das an Solenoid gehen etc. etc. Dann kommen wir auch schon direkt auf den Regulator, der jetzt einen kompletten Gummi-Überzug bekommen hat, was sehr angenehm im Handling ist. Also es fühlt sich sehr gut an, es ist ein sehr schönes Gummi, nicht zu weich, nicht zu hart. Ihr habt den neuen SL4-Regulator, dann einen nach innen versetzten LPR, diese kleine Kappe hier vorne, das ist die Frontkappe von LPR und ihr habt den Torpedo nicht mehr. Das heißt, ihr habt im Grunde eigentlich das Gefühl, als hättet ihr einen Spoolie in der Hand. Dann kommt die EGO SLV-1 mit dem SICKIT-3, welches angeblich in zwei Ausführungen mit dabei sein wird. Ihr werdet eine leichte und eine schwere Version bekommen. Und ihr bekommt den neuen Cure-5-Bolt. Wie man sieht, er hat ein paar, ja sag ich mal, erinnert ein bisschen an den Dart-Bolt, aber es ist der neue Cure-5. Was kann man noch zur neuen EGO sagen? Damit ihr auch mal den Unterschied seht, haben wir hier noch eine EGO-11. Und ja, mal so zum Gucken. Wie ihr seht, die EGO LV-1 ist ein bisschen länger geworden, wie halt schon angesprochen, dadurch, dass der LPR nach innen gerutscht ist. Die EGO LV-1 wiegt übrigens 936 Gramm mit Batterie und Lauf. Dann, wenn ihr jetzt auch mal guckt, das habe ich übrigens vergessen, die Grips wurden auch neu gemacht. Und wenn man etwas genauer hinguckt, seht ihr, dass die nach oben hin schlanker werden. Also sie fangen, sie werden fangenbreit an und werden eine Ecke schlanker, als es schon bekannt ist, was sehr angenehm in der Hand ist. Und ja, von vorne, wenn ich es dann arrangiert bekomme. Also wie ihr seht, die neue EGO ist auch wirklich eine neue EGO. Es ist komplett, die ganze Plattform wurde komplett überarbeitet. Und ich denke mal, die lange Wartezeit hat sich gelohnt. Und wir freuen uns schon tierisch drauf, bis sie dann in den Verkauf kommt und wir sie dann auch schießen dürfen. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal zu der EGO melden, sobald sie denn dann verkäuflich ist. Wir hoffen, dass euch der erste Hands-On, das erste Video gefallen hat. Und wir hoffen, dass ihr uns treu bleibt und dass ihr uns abonniert, teilt etc. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt RIPTV. Bis dann. Wir sehen uns dann. Bis dann.